Du musst mir jetzt einfach zuschauen, wenn ich mir besuche. Willst du eigentlich auch ein Glas? Also gut. Hallo. Jazz. Jazz. Nicht cool. Ich weiss nicht, ich habe das glaube ich noch nie so jemandem gesagt, weil man immer das Gefühl hat, man muss Jazz irgendwie gut finden, weil man intelligent ist. Dann findet man so Jazz. Oh ja, und dann trinkt man Rotwein und hört Jazz und klatscht auf Stellen, die extrem gut sind, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat, wieso sie überhaupt gut sind. Ich verstehe die Musik einfach nicht. Ich verstehe sie nicht. Ja so Dave Brubeck zum Beispiel, das ist okay, aber so modern. Jazz. Das ist alles. Oh Musicals ist auch für den Arsch. Musicals. So eine Zwitterform zwischen Musik und Schaust. Ich meine, entscheidet euch einfach. Das kann ich ja nicht sein. Opos sind auch für den Arsch. Die verhunzten Geschichten und machen sie so ganz 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 klein. und ja, Haus. Es ist so, es ist irgendwie keine Musik. Und all das, eh, eh, ich bin für einen DJ. Ich meine, das ist parasitär, das ist nicht cool und das ist keine Musik, es hat manchmal nicht mal eine Melodie. Die Party ist voll zum Kotzen. Wenn ein so ein Upf, Upf, ist dann jeder für sich so. Und man spürt es so und du schaust das an und denkst, okay, es ist so, ja, so individualisiert wie unsere Gesellschaft. Darum sage ich Rock'n'Roll. Und wie, wie ist wichtig. Wie ist sehr wichtig. Wie ist zoning��� reads select SELEMF num YeaD поп und das ist거나. Wie ist dort unserer Saint Omar. Und wie Sie da irgendwie nicht andere喜歡 das erste Stand geben? Wie istkommer.